Nein! Die Rüstung ist nicht gestoppt! Wie viele Leute hier sind, ey! Alter Hammer! Ich hab ihn! Nein, das ist der Nächste! Oh Gott, was sieht komplett aus? Was ist denn los? Übertreib einfach! Oh Gott, oh Gott! Wie krass die Runde ist! Oh nein, null Blöcke Unterschied! Null Blöcke, das ist irgendwo hier unten! Ich muss hier weg, ich muss hier weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Heyo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft MoleCraft zusammen mit Sturmwaffel. Hallöchen! Gönnst du dir auch gerade schon einen dicken Trank? Ich hab mir alles gegönnt. Ne, hab ich tatsächlich nicht, hab ich ein bisschen vergessen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay, du bist schon ein wahrer Gangster. So, jetzt lass mal hier gucken, ob wir Gangster, wir sind ja beide Gangster, wir müssen uns beide eigentlich hier irgendwo duellieren. Hoffentlich erst so zum Finale hin. Ich höre jetzt schon hier... Oh, hier sind zwei Truhen, ich glaub's nicht. Geil. Okay, okay. Steinschwert. Oh! Boah, wie sehr du einfach schon Truhen hast, ich hab noch gar nichts. Ja, ich wette, ab jetzt werde ich auch keine mehr finden. Das ist zwar... Ich hatte einmal Glück, zwei auf einmal, das reicht jetzt erstmal für die nächsten zehn Minuten. Dann irgendwann gönnt mir das, spielen wir ja welche. Ich wollte gerade sagen, hier der alte Maulwurst-König. Du musst auch aufpassen, ne? Es gibt ja auch Trap-Chests, die dann irgendwie explodieren. Ach, das ist neu aber, ne? Das ist neu, ja. Das ist neu, das erzählst du mir jetzt. Ja. Finde ich super. Aber die können dich nicht komplett töten. Außer die hauen dich irgendwo in eine Schlucht und du kriegst Fallschaden. Ist klar. Genau. Kennt man ja, ne? Ja, genau. Schon wieder, da kommt wieder alles. So, wo bin ich denn hier schon wieder? Ich seh hier jemanden. Wo ist Rüstungsaufwertung? Ahhhh! Ohhhh! Nein, das sieht nicht gut aus. Ich hab jemanden gekillt. Ich hab dich getötet! Oh nein! Jawoll! Das war jetzt aber, das ging jetzt aber. Ich wette, ich überlebe eh nicht lange. Verdammt, jetzt hab ich dich direkt rausgehauen. Wie ist das mal? Direkt erstmal den Aufnahmepartner rausgehauen. Gar keine Chance gehabt, ey. So ein Schwein. Du spielst das jeden Tag, oder? Immer! Ja. Aber ich hab noch ne Waffel im Game. Und zwar den Niki. Stimmt! Der macht das. Der rockt das Ding. Okay, dann ist das so. Okay, okay. Dann muss ich ihn auf jeden Fall noch bekommen. Hast du nen Dia-Helm? Ich hab nen Diamanten-Helm, ja. Weil ich ja eben diese Aufwertung hatte. Guck ich dir zu, oder? Guck ich dir zu. Alles gut. So, ich bin jetzt hier. Weißt du, auch hier diese Stelle. Hier hab ich dich eben schön überrascht. Naja, ja. Ne, da prallts jetzt wieder mit. So. Benenn die Stelle noch einfach. Und wie in der Truhe. Ohhhh! Gomme verrät Sturmwaffel, oder so. Oh, Licht. Das Licht ist aus. Mach ich. Das ist doch... Ja, genau. Ganz teiler Titel. Komplett. So, zack. So, guck mal hier. Wie ich hier voranpresche. Du bist echt mega am Stitzel. Ich hab ja auch nen Kompass. Komm, wir gucken mal. Der nächste ist minus sieben Blöcke weit entfernt. Hier hört man aber auch schon ein bisschen was, ne? Ja. Hier irgendwo ist er. Oh, oh. Ich darf nichts sagen. Der ist fünf Blöcke über mir. Oh, oh. Oh, oh. Und du hast low ground. Oh Gott. Das war schon... Wo ist er denn jetzt? Da oben. Oh Gott. Komm. Und jetzt häng ich ihn in seiner Kacke fest. Oh Gott. Also in der anderen Kacke, ne? Ja, in der anderen. Und jetzt... Er hat ein deutlicher Apfel in sich gekürt. Oh, ich hab ihn. Aber ich hör schon wieder jemanden. Nein. Minus vier Blöcke. Ey, der hat meine Sachen eingesammelt. Oh Gott. Da ist einer unsichtbar. Aber der hat keine Rüstung. Der hat keine Rüstung. Ich weiß es. Der ist da oben irgendwo. Nein. Der hat die Rüstung sich gestoppt. Wie viele Leute hier sind, ey. Alter Hammer. Ich hab ihn. Nein, der ist der nächste. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht komplett aus. Was ist denn los? Übertreib einfach. Oh Gott. Wie krass die Runde ist. Oh nein. Null Blöcke Unterschied. Null Blöcke. Der ist irgendwo hier unten. Ich muss hier weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Der ist hier irgendwo. Der ist hier irgendwo. So. Mir ist ein Blockunterschied. Der ist auch auf meiner Ebene. Ich weiß, da liegen noch Sachen rum. Mein Waffelmensch ist auch irgendwo hier am Start natürlich noch, ne? Ganz klar. Licht. Ich bin für Niki. Oh, unsichtbar bin ich nicht mehr lange. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Der macht das noch. Der macht das noch, der Alte. Okay. Also ich hab schon mal ne ganz gute Rüstung. Ich hab Unsichtbarkeit. Ich hab Schnelligkeit. Oh, ich höre ihn. Ich höre den Gegner. Ich hab ATNT. Damit wäre ich jetzt... Niki ist gestorben! Warum ist Niki denn gestorben? Oh Mann, ey. Der war einfach so. Der ist irgendwo runtergefallen. Ach ja. Okay. Okay. Oh, oh, okay. Okay. Oh nein, hier ist schon Ende im Gelände. Komm, ein bisschen gewagt, aber war gar nicht mehr so schlecht die Taktik, ne? Blindheit. Oh, nee. Jetzt seh ich hier nichts mehr. Das ist natürlich nicht gelaufen für dich. Blindheit für vier Sekunden noch. Ja, das ist gar nicht gut gelaufen, aber... Jetzt müsste es wieder gehen, oder? Ah, jetzt seh ich ihn. Das ist echt gut gelaufen. Das ist echt gut gelaufen für dich hier. Doch, nicht wahr? Der ist wieder Unsichtbar, oder? Wunderbar. Die ganzen Kisten? Guckst du dich an? Was ist los bei dir? Ja, ich hab hier... Irgendwo ist ein Gegner. Ich höre ihn schon. Ja, aber du bist halt voll die von der Maschine auch schon, ne? Du brauchst es halt auch nicht mehr. Das stimmt auch wieder. Das ist doch ein Zaubertisch. Ein Zaubertisch wäre grandios. Okay. Mhm. Ich schau jetzt mal. Der Kompass sagt, da drüben ist er irgendwo. Und ich wette, er ist da auch. Oh. Überraschend. Oh, Alter! Oh! Nein! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh, nicht mehr! Oh! Mit einem halben Herzen auch nur. So ein knappes Ding. GG auf jeden Fall. Meine Güte, GG. Die Runde ging echt schnell. Stummi, das wiederholen wir. in der nächsten Runde. Auf jeden Fall. Auf geht's! Und weiter geht's, Leute, in der nächsten Runde. So, jetzt schau ich mal, ob ich Stummi direkt wieder finde. Wir sind in der 8x1er Runde. Diesmal nicht, ey. Ich sag's dir, diesmal bist du dran. Ich wette, du bist direkt irgendwie neben mir. Ja, ich wüsste wahrscheinlich. Ich hör dich schon. Das stimmt gar nicht. Ich halte die Luft an. Ich halte die Luft an. Ne. Okay, ne, das war's nicht. Schade. Zu leise für. Ja, das stimmt. Sonst hättest du schon drauf losgedrückt. Ah! So. Okay, schauen wir mal. Ah, da vorne seh ich nahe, aber das kann's ja auch nicht sein. Wer weiß, ob ich das bin oder nicht. Vielleicht lebe ich auch einfach nur gefährlich. Gleich bist du tot. Dann lebst du gar nicht mehr. Oh Gott, ja. Ich hör auf jeden Fall einiges hier um mich rum gerade. Ja, ich hab... Das bist auf jeden Fall nicht du. Ne. Aber vielleicht haben wir ja auch ein kleines Deathmatch dann. Im besten Fall mal, wenn ich mal irgendwann jemanden töten sollte. Guten Appetit. Danke. Oh Gott, bist du das gerade? Ich wette, das bist du, den ich hier gerade am Buddeln höre. Das kann sein. Boah, ich hab mich jetzt erstmal eingebaut. Das kann sein. Nein, ich bin natürlich ganz nah hinter dir. Ich hab ein Dierschwert übrigens. Ne. Ne, kann gar nicht sein. Also man kann das schon bekommen, aber... Ich glaub dir das jetzt... Du kämpfst gerade, das bist du, ne? Das bist du. Okay. Warst du das gerade? Ne, 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 ne. Oh, ich hab grad ne tolle Truhe gefunden. Jetzt würde ich an deiner Stelle Angst haben. Ja, ich hab auch schon... Ich wünsch dir auf jeden Fall viele... Truhen. Kinder. Ich wünsch dir ganz viele Fake Chests. Oh, 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 oh. Man muss dann weg, ne? Ja, aber ganz weit weg. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ich wette, ich werde sterben dadurch. Alter. Oh, war hier viel nebeneinander. Oh, oh. Okay. Hey. Oh, jetzt sind hier so viele Truhen freigelegt worden. Mhm. Bei dir auch also. Okay. Ich könnte... Ah, ich hab'n Kompass sogar. Geil. Hey, dann gucken wir das auch nochmal hin. Oh, schöne Sachen. Ernsthaft? Wie sehr du noch jetzt so gutes Equip hast? Ne, tolles Equipment hab' ich nicht, aber ich hab'n paar tolle Tränke gefunden. Jetzt hab' ich tolles Equip. Nein. Es geht so. Jetzt hatte ich's noch nicht, aber jetzt hab' ich's wieder. Es geht, es geht. Also mir fehlen schon noch ein paar Sachen. Also so gut wie eben in der Runde bin ich nicht aufgestellt. Oh, ich hör' ja jemanden. Ich hör' ja jemanden. Da unten ist ein Gegner. Das bist du, oder? Guckst du gerade hier hoch? Bist du das? Mhm. Oh nein! TNT! Ja! Oh, oh TNT! Run! Oh, oh nein! TNT! Ich will weg! Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ich will weg! Oh Gott! Warst du das? Heiliger! Warst du das? Ja, nein, eben gerade der mich angeguckt hat von unten. Nee, ich hab' dich nicht angeguckt tatsächlich. Also ich muss sagen, ich hab' auch echt wenige gesehen bis dato. Krass. Oh, hier geht auf jeden Fall. Ey, ey, übel die Party. Das könnte sehr gut für mich enden. Überraschung! Oh, der hat ein Eisenschwert! Verdammt! Ja! Ich hab' ihn! Nicht dein Ernst, ey, was geht denn bei dir? Blindheit, was soll das denn? Und einen goldenen Apfel hat der auch. Aber oh, das darf ich dir gar nicht verraten am besten. Ah, okay. Ja, goldenen Apfel also. Okay. Ich merk' schon, das wird ein spannender Kampf zwischen dir und mir. Und da ist ein Zaubertisch. Ja, wir müssen nur noch den einen Gegner finden und killen. Und schwuppdiwupp sind wir beide schon. Du findest ja irgendwie alle gerade. Ich find hier niemanden. Ja, ich hab'n Kompass. Dadurch geht das ganz gut. Naja, da bist du natürlich schon ein bisschen weiter als ich. Überleg' die ganze Zeit, ob ich einfach keinen Unsichtbarkeitsdrank mit trinken soll. So. Das ist ein bisschen spannender zu machen. Aber... Licht... Neu... Gute Frage. Ich seh' schon den nächsten Gegner. Hast du ne' Lederrüstung? Ähm... Komm, er sagt spring. Du bist es! Du bist es! Stuhl! Komm her! Siehst du mich nicht? Ne. Ach, echt nicht? Da! Ach, da bist du. Okay, alles klar. Deswegen verzauber ich lieber... Oh! Oh Gott, oh Gott. Ich will weg. Ich will eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen gerade. Ne, 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 ne. Komm mal runter hier. Oh, ich hab' gar keine Unsichtbarkeit mehr drin. Egal. Brauch' ich nicht mehr. Regenerationserde ist gut. Oh, ich hol' ja hier noch den anderen Gegner. Da ist der andere Gegner! Nein! Das gibt's nicht! Und jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Dann kann ich gleich abstauben. Egal, was passiert. Ich geh' einfach drauf jetzt. Bam! Oh Gott, du hast den sogar noch gekriegt. Na, na, das brauchst du nicht. Okay, na gut. Dann regenerier, dann regenerier. Ich hab' ja vielleicht gar nichts zu regenerieren. Alles klar, gut. Oh, der hatte einen Diamanten... Ne, hatte ja gar nicht. Einen Eisenbrustpanzer. Panik! Bam! Oh! Wie eskalierst du denn? Oh nein! Nein! Ey, du hast mir voll die guten Kombos gegeben. Ah, Mann, ey. Ja, mit dem Holzschwert gegen ein verzaubertes Eisenschwert keine Chance richtig zu machen. Nicht schlecht. Aber wir beide waren im Finale. Wir beide konnten gegeneinander mal vernünftig kämpfen. Nicht so wie in der ersten Runde. Oder bei Baro. Das fand ich doch schon ziemlich entspannt. Ähm, Storbi, hat Spaß gemacht. Ich hoffe mal, dass auch den Zuschauern Spaß gemacht hat. Wenn das so ist, dann würde ich mich selber eine Bewertung freuen und sage, Leute, schaut auch bei Storbi vorbei, denn für seinen Kanal haben wir auch gerade in Richtung Hacks was ganz Nettes, glaube ich, aufgenommen. Also, das würde euch alten Troller, glaube ich, alle interessieren. Also, schaut dort vorbei. Ansonsten sage ich, haut da rein und tschö mit Ö! Ciao, ciao!